Das sieht aus wie ein Flugzeug. Zumindest wie ein Teil davon, aber das wurde wohl schon länger nicht mehr benutzt, oder? Schon ordentlich verrostet. Was willst du denn machen hier? Ranspringen? X drücken, schnell. Da nach oben springen. Ja, hopp da. Oh shit, zieh dich hoch, Mädel. Sehr gut. Rüber. Hoch. Ja, klappt doch alles. Halt dich fest. Ja, 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 ja. Klappt doch. Oh, oh. Pass auf! Alter Mädel, verursacht mir doch nicht so einen Herzinfarkt hier. Joa, das war's dann wohl mit dem Flügel. Der ist Geschichte. Schade eigentlich. Mit dem Teil können wir wohl nicht mehr nach Hause fliegen. Oh, hier ist aber auch ziemlich eng. Ja, halte dich mal lieber an der Wand fest, Madame. Nicht, dass du da gleich runtersegelst, denn das wollen wir alle nicht. Jetzt nochmal den Baum streicheln hier ein bisschen. Guck mal. Hast du gerade auch so schön gemacht. Nicht. Was war das denn hier? Oh. Na, hier hab ich doch gerade irgendwas gesehen. Drücke A. An flachen Wänden. Ah, okay, alles klar. Doppelsprung. Doppelsprung gibt's natürlich auch. Muss es ja auch geben, ne? Wer... Wer scheiße, wenn es das nicht geben würde? Sam's back. Au! Jawohl. Erst mal Plündinnen. Sam! Sie müssen diesen Weg kommen. Nickham. Und ein paar Streichhölzer. Sam? Roth? Kann jeder mich hören? Ich habe sie gefunden, zu finden sie. Guck mal, ein paar Fläschchen, Wasser. Warum können wir die nicht mitnehmen? Hat die Lara keinen Durst? Und hier? Das Teil könnten wir auch eigentlich mitnehmen, oder? Kann man bestimmt nochmal irgendwo gebrauchen. Donuts! Okay. Dann springen wir da rüber. Hossa! Oh, festhalten. X. Oh, shit! Das war nicht so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier langen musste. Ich glaube, ich habe einfach zu spät X gedrückt. Wobei... Wer weiß. Ziemlich gruselig, eh? Oh, guck mal hier. Wie heißt denn das? Ein Dreamcatcher. Von den alten Indianern. Traumfänger. Mann, ey. Du läufst auch durch die beschissensten Gegenden, da, Lara. Oh, nee. Oh, nee. Sieht abhanden. Ja, allerdings. Aber wenn ich gerade noch gesagt habe, da liegen Wasserflaschen rum, warum nimmst du die nicht mit, Mädel? Schöner Ausdruck. Schöner Ausdruck. Wenn du nicht hörst, bitte respond. Jetzt machen wir ein Feuer. Jawohl, ein Streichholz ist drin. War so klar. Das fuckt den nicht ab. Boah, das sieht doch gut aus. Grundbedürfnis erfüllt. Wärme. Jetzt brauchen wir mal zu essen. Oh. Schade. Wär natürlich zu schön gewesen, wenn wir jetzt schon jemanden gehört hätten, der uns rettet. Aber dann wäre das Spiel doch ein bisschen langweilig gewesen, ganz ehrlich. Boah, klar. Guck dir erstmal auf der Digi-Camp an, was da los ist. Den alten Privat-Torno, den wir gedreht haben. Das ist die Welt-Archeäologin, Lara Croft, in ihrer Nativ-Habitat. Sie ist auf der huntet für die Lost Kingdom des Yamatai. Home zu der Fabulous Himiko, Mythical Sun Queen und Ancestor, yours truly. Sam, das ist wirklich. Oh, sweetie, ich weiß. Ich bin nur auf der Zeit, um die Mühle zu erinnern. Jeder ist so auf jeden Fall. Was sind Sie so worried? Ich bin zu etwas, ich bin sicher. Ich weiß, dass ich es nicht. Ich weiß, ob die anderen will listen. Oder wenn sie sich nicht. Lara, du kennst das alles besser als jeder. Seriously, ich bin nicht nur sagen, das zu machen, um dich besser zu fühlen. Ich信 mir dich, Roth信 mir dich. Du hast das. Jetzt fangen wir einen Moment, okay? Okay, okay. Und Sam, danke. Sie ist nicht immer so ernst, du wissen? Hm. Wie kann man sagen, ich bin nicht so ernst, über diese Expedition? Lara, aber es ist nicht nur Sam's Familie von uns. Ich habe meine Schwerpunkte auf die Linie, auch. Wir haben alle ein bisschen eine Schwerpunkte in das. Die Schwerpunkte werden nicht lange dauern, Whitman. Das ist genau das, was wir müssen nach dem Westen, nicht nach dem Westen. Nein, niemand glaubt, Yamatai... Nein, niemand glaubt, Yamatai ist so weit nach dem Westen. Die Bücher einfach nicht so unterstützt. Ja, wer hat diese Bücher nie gefunden, Yamatai. Ich habe mit Roth gesprochen, über das. Es gibt keinen Sinn, in folgen in andere Menschen, Dr. Whitman. Ich verabschiede meine Reputation auf deine Hunch. Ich bin der Archeologie hier. Und wann warst du in der Feld, ohne eine TV-Kriebe hinter dir? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, zwei PhDs, eine in East Asian History. Also, warum nicht du dich an die Boatste, Herr Grimm? Schwerpunkte, Dr. Whitman. Das ist ein Schwerpunkt. Du brauchst eine PhD, um das zu wissen. Schwerpunkte, wenn wir uns direkt in die Dragons Triangle gehen können. Das ist wo wir müssen gehen. Lara, mein kleiner Böder. Ich würde dich immer nach woher, aber das Ort ist eine Schwerpunkte. Schwerpunkte, eher so. Das macht ein Bermuda Triangle wie Disney World. Die Geschichte über die Queen Himiko sagen, dass sie kann die Schwerpunkte machen. Myths sind meistens auf ein paar Versionen der Wahrheit. Was, wenn Yamatai war irgendwo in der Triangle? Gut. War anscheinend eine recht gute Idee, in das Devil's Triangle zu gehen. Wie wir jetzt merken. Klasse, Lara. Lara, Lara. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie es nennen soll. Wahrscheinlich immer anders zwischendurch. Schauen wir mal. Ich kann nicht nur sitzen hier. Ja, das stimmt. Das wäre ein bisschen blöd. Ich muss etwas finden, was zu essen. Ach so, jetzt hat sie Hunger, die Kleine. So. Haben wir hier nicht irgendwelche Beeren. Wow. Oder hier ist ein Vogel. Außer Luft fangen, den können wir direkt rösten. Oh Gott. Was ist hier passiert? Warte. Ich kann das Böse nutzen. Ja, klar. Find a weapon to hunt here. Komm her. Hier haben wir doch schon mal was. Sauber ein paar Pfeile. Da hängt er. Gut, dann wollen wir mal da rüber. Außer. Oh, nein. Oh, knapp. Ich kann das tun. Jawohl. Zieh. Oh. Ii. Jawohl. Der Bogen sieht ja gut aus. Just remember Roth's training. You can have the best form and technique in the world. Okay. But it won't mean a thing, if you can't focus. The key to using any weapon is focus. Okay. Collect meat from here. I need to find something to eat. Hier gehen wir besser nicht lang. Das sah ziemlich aussichtslos aus. Was war denn hier oben? Ist hier irgendwas? Können wir da rüber springen? Ich versuch's mal. Wo sind wir jetzt? Ah, okay. Alles klar. Wieder da, wo wir gestartet sind. Guck mal, hier sind noch ein paar Flitzebögen. Die schnappen wir uns doch. Die können doch nie schaden. Hopp. Und, ja, weiter geht's nicht. Da wäre ich fast runtergesprungen. Ich glaube, das wäre nicht gut geendet. Noch mehr Bögen. Davon kann man nicht genug haben. So, wo sind jetzt hier die Rehe? Oh, da ist eins. Na? Ah, shit. Ja, ich bin ja der absolute Sniper überhaupt. Das heißt, das ist genau mein Ding hier. Wo ist denn der Dreh jetzt hin? Komm her. Das ist übrigens der offizielle Lockruf für Rier. Ha, da ist es. Zack. Headshot. Weggeschneipert vom Feinsten. Ja, und das ganze Ding wollen wir jetzt snacken. Sorry, sagt sie noch. Ja, und nun, Madame? Ja, richtig so. Ich nehme ein Stück Brust, wenn du schon mal dabei bist. Danke. Ja, da können wir uns jetzt rüsten. Ein Skillpoint. Find Basecamp, okay. Press LB to examine. Achso. Da ist so ein Moppet, das leuchtet. Ah ja. In die Richtung. Ja, wir schnappen uns hier nochmal die, äh, Klingen des Todes hier. Und latschen mal wieder nach oben. Denn da war ja unser Camp irgendwo. Bin ich hier richtig? Glaube schon. Ja. Hier war das, glaube ich, ne? Ja. Das sieht gut aus. Da haben wir ja irgendwo unser Lagerfeuer. Unter. Ähm. Ja, da ist er doch. Genau. Sehr schön. X. Basecamp. Gut. Skillpoint haben wir. Können wir jetzt ausgeben, wofür? Survivalist earn extra rewards when looting animal corpses. Aha, aha. Advanced salvaging. Ja. Ja. Da haben wir hier noch. Arrow retrieval. Ne, ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. Wir haben ja schon ziemlich viele, äh, Mopeds gefunden hier. Pfeile. Ähm, da würde ich sagen, wir schnappen uns das hier. Gut. New skill mastered. Sehr schön. Äh, 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 äh. Back. So. Das ist Conrad Roth, Captain of the Endurance. Wir sind auf einem Island, in der Dragon's Triangle. Roth! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. And then it went black, and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth. And a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. Danke. Da bin ich mal gespannt, wie lange die Batterien halten.